Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, ihrem monatlichen Magazin rund um Bayerns Politik hier bei TV Touring Schweinfurt. In unserer Septemberausgabe beschäftigen wir uns mit dem Rücktritt von Staatskanzlei-Chefin Christine Hadertauer und der Ernennung von Ulrike Schaaf zur neuen Umweltministerin. Außerdem hat Bayern jetzt einen Notfallplan, durch den die Flut an Asylbewerbern aufgefangen werden soll. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Manfred Lendner, 55 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Ich fühle mich kreativ. Meine künstlerische Begabung spielt sich sicherlich nicht im Malen und Zeichnen ab. Was ich sehr gerne aber tue, ist formulieren, organisieren. Ich schreibe auch Gedichte hin und wieder. Solche Dinge liegen mir sehr. Auch der musische Bereich, hier fühle ich mich sehr wohl. Manfred Lendners politische Karriere begann bereits in jungen Jahren in seiner unterfränkischen Heimatgemeinde. Ich habe 1977 bereits den Ortsverband der Jungen Union hier in Körnach gegründet. Ich bin seit 1978 hier in Körnach Gemeinderat und habe all die ganzen Stationen, Gemeinderat, Kreisrat, Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender im Kreistag bis hin jetzt zum Abgeordneten durchlaufen. Der ehemalige Polizeibeamte kann seine langjährige Erfahrung auch im politischen Alltag unterbringen. Ich fungiere als polizeipolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion und habe meinen Schwerpunkt naturgemäß auf Fragen der inneren Sicherheit, Fragen der Kommunalpolitik, Landesentwicklung, Ehrenamt. Ich bin verantwortlich dafür, dass unsere Region nach vorne kommt, aber gleichzeitig auch als Abgeordnete im Bayerischen Landtag dafür verantwortlich, dass der Freistaat Bayern eine gute Zukunft hat. Der September sollte Bayerns Politikern eigentlich noch der Erholung dienen. Doch gleich zu Beginn tritt Staatskanzlei-Chefin Christine Hadertauer zurück. Marcel Huber übernimmt kurzerhand ihr Amt und die bis dato noch unbekannte Ulrike Schaaf aus dem Stimmkreis Erding wird neue Umweltministerin. Gerade mal ein Jahr war Christine Hadertauer Chefin der Staatskanzlei. Dann hat sie sich zurückgezogen. Anfang September verkündete die CSU-Politikerin ihren Rücktritt aus privaten Gründen. Für die Opposition sei dieser Schritt längst überfällig gewesen. Deshalb forderte die Landtags-SPD auch einen Untersuchungsausschuss. Wie kann es eigentlich sein, dass Privatpersonen Gewinne rausziehen aus einer im Prinzip staatlichen Institution? Und natürlich muss auch die Frage beleuchtet werden, inwiefern hat Frau Hadertauer die Staatskanzlei missbraucht für private Zwecke? Der Grund für Hadertauers Rücktritt ist hinlängst bekannt. Die sogenannte Modellbauaffäre führte zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdachts. Ein Umstand, den die Opposition für untragbar hält. Den Posten als neuer Staatskanzlei-Chef übernahm Marcel Huber. Für ihn kein neues Amt. Schließlich war der Oberbayer bereits 2011 ein halbes Jahr lang Leiter der Staatskanzlei. Herr Huber ist ein seriöser Politiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. Deshalb ist, wenn man diese Stelle denn nachbesetzen möchte, ist diese Vakanz ordentlich besetzt worden. Als Gewinnerin des Sitzerückens dürfte man wohl Ulrike Scharf bezeichnen. Denn die bislang unauffällige 46-Jährige aus dem Stimmkreis Erding wurde Bayerns neue Umweltministerin. Diese schnelle Entscheidung des Ministerpräsidenten überraschte nicht nur die Opposition. Ja, ich danke vor allen Dingen dem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer für dieses große Vertrauen meiner Fraktion, die wirklich großes Vertrauen auch in mich setzt. Und ich habe nicht damit gerechnet. Die Überraschung ist natürlich da. Aber ich freue mich unheimlich auf diese neue Aufgabe, auf diese neue Herausforderung und werde mit großer Leidenschaft eintreten. Ich denke, dass ich eine gewisse Phase brauche, um die Themen in ihrer Vielfältigkeit, die dieses Ministerium bietet, einfach aufnehmen kann. Frau Scharf ist bislang nicht aufgefallen durch fachpolitische Initiativen im Bereich der Umweltpolitik. Sie war noch nicht mal Mitglied der entsprechenden Fachgremien in der CSU-Fraktion oder in der CSU-Partei. Deshalb ist diese Personalfrage eine echte Überraschung. Hier müssen sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Die bislang erworbene Kompetenz hat sicherlich keine Rolle gespielt. Ein ganz unbeschriebenes Blatt ist die neue Umweltministerin nicht. Die gelernte Bankkauffrau und Diplombetriebswirtin gehörte bereits von 2006 bis 2008 für den Stimmkreis Erding, dem Bayerischen Landtag, an. Nach einer Unterbrechung erhielt Scharf im vergangenen Herbst das Mandat erneut. Seit 2001 ist die Mutter eines Sohnes auch Schatzmeisterin der CSU und sogar Präsidiumsmitglied. Mit großen Ehren und Standing Ovations wurde sie auf der Sondersitzung des Bayerischen Landtags jetzt auch noch in die Reihen der Regierung gewählt. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Bewahrung der Schöpfung, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, das ist die Richtschnur, in der ich mich bewegen möchte. Und für meine Begriffe ist Ökologie und Ökonomie in sich überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man hier mit Anreizkultur statt Ordnungsrecht und mit Kooperation statt Konfrontation auf dem richtigen Weg ist. Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer ist der Ablauf der Geschehnisse regulär und nachvollziehbar. Er steht hinter den Entscheidungen des Ministerpräsidenten, anders als manche Abgeordnete. Wie sehen Sie denn die Ernennung von Marcel Huber zum Staatskanzlei-Chef? Ist das eine gute Wahl? Er hat es ja schon mal gemacht. Es ist eine sehr gute Wahl, eine ganz starke Besetzung. Marcel Huber war ja mein Vorgänger als Staatsminister in der Staatskanzlei. Er hat dies bereits gemacht. Er hat dies gut gemacht. Und deswegen wird er eine große Unterstützung der politischen Arbeit sein. Und auch sein Verhältnis zur CSU-Landtagsfraktion, zu meinen Kolleginnen und Kollegen ist gut, ist entspannt. Dies wird eine gute Zusammenarbeit und ich gratuliere ihm. Nun ist ja der Posten des Staatskanzlei-Chefs in sehr kurzer Zeit sehr häufig vergeben worden. Ist das so quasi der Feuerwehrstuhl? Es war so, dass die Inhaber jeweils für andere Ämter gebraucht worden sind. Teilweise außerhalb der Politik. In meinem Fall als Fraktionsvorsitzender. Also keiner, der Minister ist irgendwie gescheitert, sondern er ist anderweitig in der Politik gebraucht worden. Der Staatskanzlei-Chef ist genau wie der Fraktionsvorsitzende ein Generalist. Er muss sich mit allen Politikfeldern befassen und ist somit natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ich hoffe aber jetzt, dass wir in ein paar Jahren, nämlich diese Periode, beim Staatskanzlei-Chef Huber bleiben. Dies ist auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität und dies wäre auch im Interesse des Ministerpräsidenten natürlich. Kommen wir mal zu seiner Nachfolgerin, der Frau Ulrike Scharf. Was waren denn jetzt hier die Kriterien dafür, dass sie ausgewählt wurde? Ulrike Scharf ist bereits das zweite Mal im Landtag. Sie ist in der vorletzten Periode nachgerückt und dieses Mal direkt gewählt worden. Das heißt, sie hat eine gewisse politische Erfahrung. Es ist auch klar, dass wir versuchen, dass beide Geschlechter im Kabinett angemessen vertreten sind. Frau Harder-Tauer ist ausgeschieden und eine Frau ist nachgerückt, sodass sich dies nicht verändert hat. Ich kenne sie mit Frau mit Führungsqualitäten. Sie kommt aus einem mittelständischen Betrieb. Sie hat Betriebswirtschaft studiert. Sie hat diesen Betrieb mitgeleitet und ich traue ihr zu, ein Ministerium zu führen. Darauf kommt es in erster Linie an. Und sie wird sich auch sehr schnell noch näher in die entsprechenden Umweltthemen einarbeiten. Da bin ich mir sicher, ich bin mit der Wahl des Ministerpräsidenten sehr zufrieden. Vielen Dank, Thomas Kreuzer von der CSU. Es war ein quälendes sich dahinziehen der ganzen Affäre. Es ging ja über ein Jahr eigentlich, wo die ersten Vorwürfe laut wurden und wo die Frau Harder-Tauer es versäumt hat, sich damit auseinanderzusetzen. Nachdem die Frau Harder-Tauer auch zur Aufklärung bislang ausgesprochen wenig beigetragen hat, ist ein Untersuchungsausschuss notwendig. Christine Harder-Tauer hat einen Fehler gemacht und deshalb ist sie auch am 1. September zurückgetreten. Und deshalb bedarf es nach meiner Überzeugung keines Untersuchungsausschusses. Wir haben ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren. Ich habe großes Vertrauen in unsere Justiz und in unsere Staatsanwaltschaft. Die werden den Sachverhalt ermitteln. Und solange es zu keiner Verurteilung kommt, hat einfach auch die Unschuldsvermutung zu gelten. Kommen wir zum zweiten Thema, das die Abgeordneten im September beschäftigte. Nämlich der Ansturm an Asylbewerbern. Damit hat Bayern nicht gerechnet. Etwa 12.500 Flüchtlinge waren es schon im ersten Halbjahr. Die zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Zierendorf und München platzen aus allen Nähten. Dass dies so kommen werde, davor will die Opposition schon vor Jahren gewarnt haben. Nun will Sozialministerin Emilia Müller mit einem Notfallplan wieder Herrin der Lage werden. Und hierfür ist wichtig ein Dreiklang. Ich will das nochmal sagen. Ein Dreiklang. Ansonsten gehen uns die Leute nicht mit. Zum einen, die ungerechtfertigte Einreise muss verhindert werden. Der zweite Punkt ist die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und der dritte Punkt ist die Hilfe für die zu Recht bei uns Schutzsuchenden. In Sachen Flüchtlingspolitik hat Bayerns Sozialministerin Emilia Müller klar definierte Ziele. Auf der Sondersitzung im Bayerischen Landtag wollte sie dem Sozialausschuss Rede und Antwort stehen. Dafür verließ sie sogar vorzeitig den Asylgipfel in der Staatskanzlei. Die Opposition nutzte diese Gelegenheit, um der Regierung mangelnde Aufklärung und zu spätes Handeln vorzuwerfen. Die Experten haben davon geredet. Schaut man die Tagesschau an, hätte man wissen müssen, dass es noch höhere Zugangszahlen gibt. Und das Land Bayern hat sich auf diese Situation nicht eingestellt. Sie haben in der Asylpolitik vollkommen versagt. Und derzeit, das kann ich eigentlich nicht als Krisenmanagement bezeichnen. Das sind für mich eigentlich wirklich außerordentlich fragwürdige Last-Minute-Actions. Langfristig hat die CSU in Bayern ignoriert, vollkommen ignoriert, dass Deutschland und damit auch Bayern ein Einwanderungsland ist. Wir müssen schauen, wie wir schnell das jetzt lösen. Also das Problem sind Baugenehmigungen für Erweiterungen, sind Ausschreibungsverfahren. Wir sind die Politiker. Wir müssen diese Verfahren endlich genehmigen und verkürzen und als Sonderwege finden. Für die CSU scheinen diese Vorwürfe ungerechtfertigt. Schließlich sei die Situation erst seit kurzem dermaßen extrem. Frau Weikert, wenn Sie sagen, seit 2008 ist diese Entwicklung oder diese Steigerung absehbar, dann muss ich Ihnen wahrsagerische Fähigkeiten unterstellen. Keiner konnte 2008 wissen, wie sich diese Anzahl der Krisen auf der ganzen Welt entwickeln. Ich habe in der Notsituation schnell und entschlossen gehandelt. Und zwar mit den Regierungen, mit den Kommunen und mit der Wohlfahrtspflege, mit allen Verbänden zusammen. Und ich kann nur sagen, es war alles ein motiviertes, engagiertes Vorgehen von allen miteinander. Noch Ende Oktober gibt es Erleichterung für die Erstaufnahmelager in München und Zirrendorf. Dann will man in Regensburg eine Zweigstelle mit 250 Plätzen eröffnen. Des Weiteren ist für jeden Regierungsbezirk eine Erstaufnahmeeinrichtung geplant. Für Mitte 2015 kann man in Bayreuth damit rechnen. Und in Augsburg sollen die ersten Asylbewerber ab der zweiten Jahreshälfte 2015 aufgenommen werden können. Ansonsten noch in Dengendorf und in Schweinfurt. Insgesamt will man aber die derzeit 3.500 Unterkunftsplätze in Bayern noch bis Jahresende auf 6.600 aufstocken. Immerhin, erste Erfolge in Sachen Unterkunft konnten bereits jetzt schon erreicht werden. Nach einem kurzen Telefonat mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen darf eine alte Kaserne bei Ingolstadt umfunktioniert werden. Aber nicht nur den Sozialausschuss beschäftigt die Thematik. Nein, der gesamte Landtag hatte die Asylpolitik in der Sondersitzung behandelt. Also zunächst muss man sagen, dass natürlich der Flüchtlingszustrom eine große Herausforderung für unser Land ist. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 2009 noch ca. 5.000 Flüchtlinge zu uns im Jahr gekommen sind und im Jahr 2014 werden es wahrscheinlich 33.000 sein. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für uns alle. Und deshalb denke ich, dass die Maßnahmen, die jetzt die Staatsregierung auch ergreift, die richtigen sind. Wir werden Erstaufnahmeeinrichtungen jetzt im nächsten Frühjahr in Deggendorf, in Bayreuth, in Regensburg errichten. Und zurzeit ist man auch in Unterfranken dabei, mit der Stadt Schweinfurt Verhandlungen zu führen, dass auch eine Erstaufnahmeeinrichtung nach Schweinfurt kommt. Das große Thema ist allerdings, und das muss man auch sagen, dass drei Viertel aller Flüchtlinge, die zu uns kommen, nicht anerkannt werden oder deren Asylanträge auch abgelehnt werden. Und da muss man auch darüber diskutieren, dass die Hilfe denjenigen vor allem zu Gute kommt, die wirklich Hilfe benötigen. Und man einfach differenziert zwischen Flüchtlingen, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen und Flüchtlingen, die tatsächlich unsere Hilfe benötigen. Dass man jetzt händeringend überall nach Unterkunftsmöglichkeiten sucht, ist eine schwierige Situation. Auch für die Kommunen. Die werden nämlich jetzt damit überfallen. Also die werden jetzt plötzlich damit konfrontiert. Die Bezirke sind in einer Bredouille. Und die Frage ist natürlich auch, natürlich ist es wichtig, dass wir vernünftige Unterkünfte für Menschen, die auf der Flucht hierher gekommen sind, schaffen. Zelte gehen nicht, zumal es jetzt auch noch Winter wird. Aber Zelte gehen eigentlich nie. Das ist das eine. Das zweite ist, da kommen Menschen, die sind zum Teil traumatisiert. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Es reicht nicht, wenn die hier ein Dach über dem Kopf bekommen. Die brauchen auch Betreuung. Die Kinder müssen in die Schule gehen können. Die Menschen müssen aufgefangen werden. Und da ist noch viel mehr zu tun, als das, was die Staatsregierung im Moment anbietet. Das war wieder Plenum TV, das Magazin für TV Thuring Schweinfurt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Tschüss. Tschüss. St